Ja, Frau Samann, wir sind heute zu Besuch bei Ihnen in der IFS-Beratungsstelle in Dornbirn. Unser Thema heute eigentlich ein sehr erfreuliches Thema, nur manchmal wird es offensichtlich nicht so erfreulich. Es geht um das Thema ungewollte Schwangerschaft. Was für Frauen kommen denn zu Ihnen in die Beratung? Was für Hintergründe haben denn diese Geschichten? Was sind denn die Probleme, die diese Frauen haben? Stimmt, an und für sich ist Schwangerschaft ein freudiges Ereignis. Hingegen, wenn eine ungewollte Schwangerschaft besteht, dann ist es halt ein Problem für die betroffenen Frauen, aber auch natürlich für die zugehörigen Väter dann von diesen Kindern. Und da trifft es vor allem die Frauen, die eher jünger sind, wo es eben problematisch gegeben hat, zum Beispiel bei der Verhütung. Die Verhütung ist nicht so einfach, wie man denkt. Es sind zwar viele Erfahrungen da, was man da alles anwenden könnte, damit eine ungewollte Schwangerschaft verhütet wird, sozusagen. Aber in der Praxis dann ist es doch ganz schwierig, zwischen jungen Paaren über dieses Thema zu reden. Da ist halt Scham und Verlegenheit, Unsicherheit noch da und Unsicherheit vor allem, wie wirke ich auf den anderen. Und es ist auch was Neues, dieser sexuelle Kontakt. Und daher kann man auch nicht so einfach über diese Verhütungsthemen reden, die vielleicht jemand, der reifer ist und so, sehr wohl dann bespricht. Also die Erfahrung ist jetzt, dass eher junge Frauen in die Situation kommen, dass sie ungewollt schwanger werden. Wie sieht denn die Situation in Vorarlberg aus? Kann man vielleicht zum einen sagen, wie groß ist der Andrang auch hier an Beratungssuchenden, an Ratsuchenden? Und vielleicht auch im Rückblick auf die letzten Jahre, wie hat sich denn das entwickelt? Früher waren es noch wesentlich mehr auch ältere Frauen, die jetzt ungewollt schwanger wurden und Beratung gesucht haben. Durch die Verhütungsmittel, die einfach so verbessert wurden und diese erfahreneren Frauen, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, ist das eher bei Jugendlichen oder jungen Frauen der Fall, dass ungewollte Schwangerschaft entsteht. Binden Sie bei Ihrer Beratung auch die Angehörigen mit ein? Also versuchen Sie, dass die Angehörigen mit an diesen Gesprächen teilnehmen oder auch an Lösungsmöglichkeiten arbeiten? Also das ist durchaus möglich, dass auch eben mit Eltern oder eben mit dem Kindesvater gemeinsam hergekommen wird. Das ist sogar vorteilhaft, weil das ja noch eine Erweiterung bringt unter Umständen von den Möglichkeiten. Was können diese Frauen denn tun? Also wo können sie denn hinwenden? Und vor allem, welche Möglichkeiten haben Sie hier auch, diese Frauen zu unterstützen? Wir unterstützen diese Frauen mit Beratung. Sie können zu uns an die Beratungsstellen kommen, die in jeder Stadt Vorarlbergs und in Eck sich befinden, also ziemlich übers Land verteilt. Und da steht auch immer ein Beratungsdienst zur Verfügung, von Montag bis Freitag, kann man sagen, von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr, wo eine Fachperson diese sofort beraten kann. Also es gibt auch in dem Sinne keine Voranmeldung. Also man kann da ohne weiter sofort hingehen, wenn sich diese Thematik ergibt. Vielen Dank.